Fürstlich privilegierte Böller schützen den Scheinfeld der Tracht. Zu Ehren unseres Fürstenhausen Schwanzenberg, zu Ehren unserer Heimatstadt Scheinfeld, zu Ehren des Ministerialdiregenten Georg Windisch in Vertretung unseres bayerischen Ministers für Landwirtschaft und Forsten, Herrn Helmut Brunner, zu Ehren unserer amtierten Holzfee Johanna der Ersten und deren Nachfolgerin im Amt Antonia der Ersten, zu Ehren unserer Gäste Peter Aichner als Präsident des Bayerischen Zimmerhandwerks und Dr. Ludwig Albrecht des Forstamtes Offenheim, zu Ehren unserer Gäste aus der Partnerschaft Stadt Boullieu Sjordadon in Frankreich, die an diesem Wochenende Gast zu Scheinfeld sind, zu Ehren aller an diesen schönen festbeteiligten Persönlichkeiten, Musikgruppen und Helferinnen und Helfern, ein Voran unserer lieben Frau Roswitha Luger. Schützenhaupt Acht zu einem angesagten langsamen Rheinfeuer, Pulver einfüllen, Sp fluoresce. Pulver verdämmen! Zündtütchen setzen. Spannt den Hahn, hebt den Arm und gebt Feuer! Feuer!